Hallo, heute bekommt ihr ganz besondere Einblicke in unser iMOOX Büro. Kommt mit! Wir starten im Großraumbüro. Ihr wollt selbst einen MOOC anbieten oder habt Fragen zu iMOOX? Hier werden eure Fragen beantwortet, egal ob per Telefon oder E-Mail. Hier sitzt das iMOOX Support Team, wo auch Maria und ich dazugehören. Wir begleiten euch auf eurer Reise zum fertigen MOOC. Von der ersten Anfrage über Beratungen und Feedback bis hin zum fertigen MOOC stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite. Apropos Beratungen, diese finden meistens hier in den Meetingräumen statt. Schauen wir mal rein. Hier scheint eine sehr intensive Beratung statt zu finden. Wir stören besser nicht weiter. Manche unserer Meetings finden auch komplett online statt. Dafür haben wir unsere Thinktanks. diese sind technisch perfekt ausgestattet. Kannst du mir das Rosmarino geben? Bitte das hier. Oh, super, danke. Ich erinnere mich ja. Bitte bedauern. Ja, ich mach wieder rein. Danke. Wie ihr schon wisst gibt es keinen MOOC ohne Videos. Diese entstehen bei uns in unserem professionellen Videostudio. Es wird gerade aufgenommen. In unserem Studio können alle möglichen kreativen Ideen ausgelebt werden. Der Greenscreen wird in der Postproduktion durch einen anderen Hintergrund ausgetauscht und schon befinden wir uns in einem Seminarraum, einem Labor oder am Strand. Eure vorbereiteten Sprechtexte könnt ihr vom Teleprompter ablesen. Wenn ihr für eure Videos noch VoiceOver Texte braucht, also zusätzlich eingesprochene Texte, dann können wir die in unserem Tonstudio umsetzen. Massive. Massive online. Hallo Katharina. Hi. Hallo. Massive online. Open. Ah, open. Massive open course. Online? Ich hab jetzt mein Handy extra im Flugmodus. Nein, open online. Open online? Massive open online course. Ja, open course. Massive open online course. Massive open, ach, das gibt's ja nicht, okay, ich hab's. Massive open online course. Zwischen unseren Support-Anfragen, Beratungen und Videodrehs treffen wir uns regelmäßig in unserer Küche, wo wir gemeinsam essen und uns über Neuigkeiten austauschen. Hast du Essen gesagt? Nein. Katharina hat Essen besorgt. Nein, wir haben doch gerade gefilmt. Und dann, äh, was geht's denn? Joach! Okay, ciao! Nein! Oh, oder? Oh, oder? Oh, oder? Hilfe, laus. Hilfe! 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 hat es bei uns gefallen und ihr wollt euch das alles mal live anschauen, dann besucht uns gerne hier in Graz. Wir freuen uns auf euch. Baba!